Also ich bin der Julian Eindeutig, ich hab das im Zusammenhang mit... ...abstellen... Es sind schon alle bereit Denn es ist wieder so weit Es war schon extra ne Zeit Dass wieder alle feiern Jubiläumsaktionen Für ein besseres Boden Viele Prozesse wie immer Für viele schöneren Zimmer Alle feiern Jubiläum Jetzt richtig TX-Lunch! Jubiläum zu 100.000 Schwan Auch online Besser wohnen Für kleines Geld Kost fast nix bei Maybellix Besser wohnen für kleines Geld Jetzt tausende Jubiläumsangebote Bei jedem Maybellix Maybellix Kost fast nix Pizza Pizza Miam 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 Pizza Pizza Miam Miam Pizza Pizza Miam 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 M Aber Trivago macht nicht genau das für dich. Dann zeigt dir Trivago dasselbe Zuhause für ein und dasselbe Sandlerbrucken. So kannst du dir nicht sicher sein. Du findest immer einen Sandlerbrucken zum besten Preis. Videos, die keinen Sinn machen? Melix. Im heutigen Video grüße ich Lea, Julian, Annalena, Kati, Stasi, Yassi, Sarah, Angelina, Leonie, Lena, Amelie, Silvan, Liam, Jonas, Claudia mit K, Knüppelige, Waffelduck, Gregor, Leonie nochmal, Tobi, Paulina, Nina, Fabio, Noki, Julian, Raphael, Marnie, unser Lehrer im Jugendtreff, Lara und die Englischschularbeit morgen, für die ich sehr wenig gelernt habe oder auch sehr viel, wer weiß es jetzt eigentlich noch. Also tschau und have a good day und noch einen melligen Tag und tschüss. Einmal out. Cut. Out hab ich gesagt. Cut, cut. Was? Wie das Video ist so sinnlos? Also ich find das Video ist gar nicht sinnlos.